Hi, hier ist Christian von China Gadgets und neben mir steht eine kleine Revolution. Der Creality CR30, mit dem ihr zumindest in der Theorie unendlich lange drucken könnt. Wer sich schon ein bisschen mit 3D-Druckern auskennt, wird es sehen. Irgendwie sieht dieser Kasten komplett anders aus als andere 3D-Drucker. Das hat auch einen Grund, mit dem können wir unendlich lange drucken. Und ihr seht es hier schon am Krokodil. Ja, in der Theorie unendlich lang. Ich habe schon andere Reviews gesehen, damit können Leute 6 Meter lang drucken. Das ist natürlich ein Highlight. Diese ganze Bauart ist ein Highlight. Man muss dazu aber sagen, diesen 3D-Drucker gab es in einer Kickstarter-Kampagne. Die ist jetzt ausgelaufen und die ersten Exemplare werden erst gegen März verschickt. Ich gehe davon aus, wenn ihr später bei den üblichen Online-Shops Gearbest, Banggood oder bei Creality selbst einen Online-Shop zuschlagen könnt, müsst ihr wohl 700 bis 800 Euro hinlegen. Ist eine Schätzung in den blauen Dunst hinein, werden wir dann Mitte März sehen. Das heißt aber auch, dass dieser 3D-Drucker, der hier vor mir steht, ein Vorab-Exemplar ist. Das heißt, es kann sein, wenn ihr euch für diesen 3D-Drucker interessiert, ihn kauft, dass der ein bisschen anders aussehen wird. Gleichwohl, dieser 3D-Drucker, so wie er hier ist, schon richtig, richtig gut ist. Und das möchte ich euch jetzt im Detail mal ein bisschen näher zeigen. Wir haben hier ein Lieferband, das kennt man tatsächlich, das ist aus Nylon, das ist so der Stoff, wie nennt man denn sowas, wie so ein Laufband, auf dem man joggt. Das Geile an diesem 3D-Drucker ist ja, wir können unendlich lang drucken und deswegen legt Creality auch ein weiteres Rollband, auf dem euer 3D-Druck abrollen kann, bei. Ich habe es schon in diversen Reviews gesehen, was leider 2mm zu tief ist, weswegen euer 3D-Druckobjekt ein bisschen verzieht. Das heißt, ich habe es so gelöst, indem ich einfach mehrere Filamentrollen aufeinander gestapelt habe, mehrere Heizbetten dahin gelegt habe, sodass mein 3D-Druck auslaufen kann. Wenn ihr natürlich nicht lange Objekte druckt, sondern einzelne kleinere Objekte, dann dreht sich dieses Laufband im Laufe der Zeit und euer 3D-Druck fällt einfach mit der Zeit ab. Ihr legt ihn einmal hinter, unter und dann passt das ganz gut. Wir haben hier den Einschub für die SD-Karte, sehr geil, Creality denkt mit. Ich finde es absolut nervig, so eine kleine Micro-SD-Karte da vorne einzuschieben, die dann auch im Schlitz irgendwie noch verschwindet und ich musste schon so manche Speicherkarte aus dem Gehäuse wieder rausfischen. Ihr seht vielleicht auch, es sieht ein bisschen abgenutzt aus. Das liegt daran, dass der 3D-Drucker im Werk bei Creality eben schon im Testeinsatz war. Das heißt, wundert euch nicht, dass bei diesen Aluminiumprofilen ab und zu die schwarze Farbe ein bisschen ab ist. Was euch aber auch auffällt, sind hoffentlich die ganzen Schrauben hier vorne. Dieses Ding hat gefühlt eine Million Schrauben. Das ist super fest verschraubt. Insgesamt wiegt die Kiste über 16 Kilo. Das ist ja auch generell meine Empfehlung, wenn ihr einen 3D-Drucker bekommt. Auch von Creality. Schaut überall nochmal auf die Rechtwinkligkeit. Zieht eure Schrauben fest an. Generell im Karton auf zwei Ebenen gelagert. Bilder im Artikel haben wir hier die Base und eben den Aufsatz. Und das Ding ist so fest zusammengeschraubt, dass mir sogar ein Aluminiumprofil fehlte. Das war zwischen Styropor so gut eingeklemmt und so gut gesichert und leider nicht beschriftet, dass ich es aus Versehen weggeworfen habe und nochmal rausfischen musste. Aber selbst ohne dieses eine Aluminiumteil hat er immer noch super gedruckt. Das ist aber auch schon eine kleine Kritik. Denn je mehr Schrauben wir haben, je mehr Exzentermuttern wir haben, desto mehr kann man auch falsch einstellen. Hier zum Beispiel ist eine Rolle zu viel. Es macht keinen Sinn mit vier Rollen an dieser Stelle zu arbeiten. Hier müssten wir zwei Rollen einstellen. Ich habe sie vernünftig eingestellt. Es würde eine reichen. Und wir wissen, je mehr Gewicht wir beim Druckkopf haben, desto schwieriger ist es mit der Beschleunigung und mit dem Abbremsen. Generell kommen wir zum Thema Druckkopf hier hinten. Wir sehen, wir haben massig viel Platz. Also hier würde ich mir, glaube ich, in Zukunft, müsste man einfach mal testen, einen Direct Drive Extruder wünschen. Denn aktuell arbeiten wir mit dem Bauenprinzip und wir sehen, der Schlauch ist schon sehr lang. Flexible Filamente wie TPU dürften hier ausfallen. Generell müssen wir hier mit sehr hohen Retract-Werten arbeiten. Das heißt, ein Direct Extruder. Und ich weiß, dass der CR10 V3 standardmäßig auch mit einem ausgeliefert wird. Haben sie ja eben viel im Sortiment. Was auch ein bisschen schade ist für den stimmigen Gesamteindruck. Wir arbeiten hier mit einem mechanischen Endstopp. Und hier arbeiten wir mit einem optischen Endstopp. Das heißt, einen optischen Stand... Einen optischen Endstopp finde ich einfach ein bisschen schöner. Ist ein bisschen mehr Hightech und kostet nahezu das Gleiche. Hier befindet sich der Z-Endstopp. Den müssen wir auch vernünftig einstellen. Denn wenn ihr schon 3D-Drucker habt, wisst ihr, irgendwo muss die Achse ja anhalten. Und das kann sie nur, wenn sie weiß, wo sie ist. Beziehungsweise wo das Ende ist. Und das ist eben der Endstopp, den wir in der Höhe verschieben. Das ist auch ein Punkt, Thema Leveling. Da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Wir wollen erstmal die Tour zu Ende fahren. Nicht ohne vorher nochmal auf diesen Schaft eingegangen zu sein. Die Achse wird synchron durch diese zwei Stepper hoch und runter gefahren. Cool soweit. Standard soweit. Aber wir sehen auch, dass der Schaft sehr lang ist. Das macht man mit Stepper-Motoren nicht. Das Ding wird in der Bewegung ganz leicht wobbeln. Und wir wissen, dass beim 3D-Druck das Thema Mikrometer durchaus eine Rolle spielt. Das heißt hier meine Empfehlung an Creality. Auch das habe ich schon in anderen Reviews gesehen. Einfach den Stepper ein bisschen höher setzen. Ja, das ist ärgerlich, weil man dann nicht genau das Gleiche wie auf der anderen Seite machen kann. Aber dann haben wir eben diesen Langschaft einfach nicht mehr. Hier vorne ein All-Metal-Extruder. Nichts Besonderes gab es glaube ich schon beim Creality CR-10S Pro. Also auch locker zwei Jahre dabei. Funktioniert alles gut. Das Nachführen, das Einführen von Filamenten klappt gut. Auch generell mit dem Filamentsensor hier unten ist glaube ich auch nur ein mechanischer Spiel. Der Widerstand könnte auch gerne ein optischer sein. Die Filament-Detection klappt auch wunderbar. Wenn man ein neues Filament nachführt. Ihr seht es hier beim Krokodil. Es gibt überhaupt gar keine Anschlussfehler. Die Filamentrollenhalterung und das Bedienpanel. Auch ein bisschen Retro. Dafür habe ich Creality aber ehrlich gesagt lieb. Das gibt es auch schon seit dem ersten Creality CR-10. Wir haben hier unser Display. Sehr, sehr alt und retro. Drei, vier Jahre gefühlt alt. Unser Drehknopf, mit dem wir durchs Menü navigieren können und bestätigen. Beziehungsweise zurückgehen können. Ihr habt es also schon gehört. Das Ding ist gut. Es ist massiv. Das ist schon mal das Wichtigste, finde ich, beim 3D-Drucker. Dass dieses Ding irgendwie massiv ist. So viele 3D-Druckhersteller gucken links und rechts ab, aber sparen dann beim Material. Und der 3D-Drucker kann noch so coole Add-ons und Features haben. Wenn das Ding schlecht zusammengeschraubt ist, bringt euch das alles nichts. Gehen wir mal darauf ein, für wen der 3D-Drucker überhaupt was ist und für wen er nichts ist. Ihr müsst fortgeschritten in diesem Business sein. Wenn ihr Einsteiger seid, wenn ihr nicht sicher seid, ob das Thema 3D-Druck was für euch ist oder nicht, braucht ihr diesen 3D-Drucker nicht. Es gibt den Creality Ender 3 für 150 bis 200 Euro. Es gibt den Creality CR10 V2 für roundabout 300 Euro. Klar, der hat keine unendlich lange Z-Achse Einschub. Warum eigentlich Z-Achse? Ihr müsst euch die Kiste eigentlich so vorstellen. Dann wird auch der Core XY Bauweise ein bisschen ähnlicher und jetzt verstehen wir auch, dass das Ding für den Höhenunterschied, also für die Z-Achse zuständig ist. Für Fortgeschrittene kommen damit klar. Einsteiger, für die ist es ein bisschen kompliziert. Woran liegt das? Fangen wir an beim Slicing. Ihr wisst, ihr braucht eine Software, um 3D-Objekte für welchen 3D-Druck auch immer optimal vorzubereiten. Die aktuelle Cura-Version kann das nicht mit einer unendlichen Z-Achse. Das heißt, auf der Speicherkarte liegt eine gefühlt eineinhalb Jahre alte Cura-Version bei. Die ist schneckenlangsam, selbst auf meinem Hightech-Laptop. Die fühlt sich hakelig an. Die ist einfach nicht dafür gemacht, in der Unendlichkeit zu drucken. Viele Features, die in Cura in den neuen Versionen dazugekommen sind, die ich wirklich mag, Tree-Support und so weiter, die gibt es da einfach noch gar nicht. Ihr müsst gewillt sein, sehr, sehr viel Trial and Error anzuwenden. Trial and Error ist auch der nächste Punkt beim Thema Leveling. Ihr wisst es, für die erste Druckschicht ist es unfassbar wichtig, dass ihr vernünftig gelevelt habt. Das heißt, dass die erste Schicht aus eurem Druckkopf vernünftig auf dieser hier Nylon-Laufbandschicht in Zukunft dann aufliegen wird. Ist es zu dicht am Heizbett, dann kommt nicht genug Filament raus. Ist es zu weit entfernt, drucken wir in der Luft. Und das Problem ist, wir haben wie bei anderen 3D-Druckern hier diese vier Räder zum Heizbett leveln. Aber wir können den Druckkopf ja gar nicht nach vorne bewegen. Das heißt, wir müssen schauen, wir können es auf dieser Achse bewegen. Wir können abschätzen, passt das Leveling? Aber wie wird es hier sein? Das heißt, wir müssen wie auch immer mit einer Schiebelehre, mit einem Lineal, was auch immer ihr da habt. Ihr habt wahrscheinlich kein Hightech-Material, aber ihr müsst schauen, dass das irgendwie Plan ist, dass das auf einer Ebene ist. Damit auch später im weiteren Verlauf hier auf dieser Cooling-Area, hier befindet sich das Heizbett, hier befindet sich die Cooling-Area, dass das auf einer Ebene ist. Ihr müsst schauen, dass dieser Z-Endstop auch halbwegs auf einer Ebene ist. Wenn ihr euch entscheidet, dann dieses nicht ganz ausgereifte Verlängerungs-Dingsbumsi zu holen für 94 Dollar, was zu viel ist und zwei Millimeter zu tief hängt. Aber wenn ihr euch das holt, müsst ihr auch schauen, dass das auf einer Ebene hängt. Dann nehmen wir mal das Beispiel, ihr wollt euch jetzt wirklich ein 5, 6 Meter langes Teil drucken und es gibt ein paar Spezies, die haben das schon gemacht. Dann habt ihr natürlich sonst diese Unebenheiten drin. Das sind Probleme, die hat man natürlich bei so einem kleinen Creality Ender 3 mit einem Bauraum von, ich weiß nicht, 230 x 230 Millimeter hat man die einfach gar nicht. Was will man überhaupt damit drucken? Das ist so die nächste Sache. Es gibt verschiedene Szenarien, die ich euch mal sagen und zeigen möchte. Es kann natürlich sein, Massenfertigung. Ihr habt euren kleinen Shop bei Etsy, bei Ebay. Ihr habt so eine kleine Lücke gefunden, mit der ihr den einen oder anderen Euro verdient. Und nichts ist nerviger beim 3D-Druck. Der Druck ist fertig, vielleicht dauert er eh nur eine Stunde oder zwei und ihr müsst hingehen, dieses Objekt abbauen und dann den Druck wieder erneut starten. Hier könnt ihr die Objekte hintereinander platzieren und ihr müsst es auch im Slicer. Leider gibt es noch keine Einstellung in der Fernseher, wo ihr sagt, hey, dieses Teil möchte ich fünfmal hintereinander drucken mit einem Abstand von 10 Zentimeter, let's go. Sondern ihr müsst im Slicer wirklich dieses Objekt hintereinander in der unendlichen Z-Achse platzieren. Der arbeitet das Stück für Stück ab, druckt und nach einer Stunde ist das Objekt fertig. Das Laufband fährt nach vorne, es fällt runter in eurem Eimer und irgendwann geht ihr mit dem Eimer, streicht die Objekte vielleicht nochmal an und verkauft sie dann bei Etsy. Szenario Nummer 1. Definitiv nichts für Einsteiger, die mal reinschnuppern wollen. Szenario Nummer 2. Ihr wollt sehr, sehr lange Objekte drucken. Ich habe euch hier mal den Alligator gedruckt, der ist schon verhältnismäßig lang. Lasst mich lügen, was mögen das sein? 50 Zentimeter. Mir fällt nur der Creality CR10 S5 ein, der überhaupt so einen großen Druckraum hat. Hätten wir das Ding 60 oder 70 Zentimeter gedruckt, gibt es, glaube ich, keinen Standard. Zumindest nicht vom Creality 3D-Drucker, der das kann. Wenn ihr Cosplayer seid und euch ein Riesenschwert drucken wollt, wenn ihr euch Thor's Hammer drucken wollt, wenn ihr euch den R2-D2, kann ich euch sehr empfehlen, drucken wollt, dann ist das Ding Gold wert. Ihr müsst nichts mehr zusammenkleben oder weniger zusammenkleben. Natürlich habt ihr hier immer noch beschränkte Dimensionen, aber die Z-Achse ist unendlich lang. Nutzt das. Für lange Drucke ist das wirklich genial. Kleiner Einschub. Ihr seht an dieser Stelle den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Filament. Hier am Ende, der Schwanz, sehr shiny, sieht sehr, sehr gut aus, kommt von GTEC das Filament. Und dann habe ich irgendwann angefangen, irgendwelche Reste loszuwerden. Und hier seht ihr auch von Creality, ich glaube, es war noch vom CR6 SE, den ich fast abgeschrieben hätte, aufgrund der Druckergebnisse. Ihr seht hier einfach Layer für Layer. Die liegen jetzt natürlich nicht so oder nicht so, sondern sie sind diagonal im 45-Grad-Winkel gedruckt, weil euer Druckkopf jetzt natürlich im 45-Grad-Winkel druckt. Und ihr seht, die mäßige Qualität, möchte ich an dieser Stelle sagen. Sieht nicht wirklich schön aus. Gott sei Dank habe ich mit verschiedenen Filamenten gedruckt. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr einen neuen 3D-Drucker habt, habt auf jeden Fall immer ein zweites Filament dabei. Oftmals liegt es leider am Filament. Ein weiterer Use Case kann für euch sein, dass ihr Sachen mit Überhang druckt. Denn was ist jetzt der Vorteil? Da wir im 45-Grad-Winkel drucken, können wir solche Überhänge, wir können 90-Grad-Überhänge nach vorne drucken. Das ist ja gar kein Problem mehr. Und dadurch sparen wir nicht unerheblich Support. Jetzt denkt ihr, cool, Überhänge sind generell kein Problem. Nein, wir kippen ja die ganzen Dimensionen nur so ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, an einer anderen Stelle bräuchten wir schon wieder den Support. Aber wenn man das Ding, euer Druckobjekt der Wahl, cool platziert, kann man eben unter Umständen Material sparen. Für wen kann der 3D-Drucker noch was sein? Nerds wie mich. Einfach Leute, die Bock haben auf was Neues, die Spaß an Technologie haben, die auch Zeit haben, sich reinzufuchsen. Weil die braucht ihr nun mal definitiv. Wenn ihr mal ein bisschen experimentieren wollt und das Ding vielleicht auch irgendwann weiterverkaufen wollt, dann ist das, glaube ich, so die letzte Gruppe, für die dieser 3D-Druckerstand jetzt interessant sein kann. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail zur Druckqualität. Die Druckqualität selbst würde ich mit einer Schulnote 3 benoten wollen. Wir haben hier zum Beispiel zwei Benchies. Das hier ist mit dem CR30 gedruckt und das hier ist mit dem CR10 V2 gedruckt. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen, aber wir haben hier dann doch sehr, sehr viel mit dem Stringing zu kämpfen. Wir haben mit unsauber gedruckten Layern zu kämpfen und ich kann diese Layer-Stand jetzt einfach nicht hundertprozentig effektiv ausschließen. Man wird sie immer ein bisschen sehen. Wodran wird das liegen? Ich habe die Vermutung an diesem Laufband. Man ist sich in der Community nicht einig, wie fest soll man dieses Laufband spannen. Es gibt Leute, die spannen das so stark, dass der Motor fast durchbrennt, weil er sich wirklich schwer tut. Es gibt Leute, die lassen es eher ein bisschen locker durchhängen und ihr seht es. Natürlich ist da Spiel drin. Das ist kein festes Glasheizbett, sondern da ist immer ein bisschen Bewegung drin. Irgendwann ist das Laufband am Ende und dann muss es geklebt werden. Und hier ist es linear an einer Stelle geklebt und es geht sicherlich einen Millimeter rein. Bei anderen Testern auf YouTube ist das im Zickzack oder diagonal verklebt. Wenn ihr Pech habt und eben da ein Layer startet oder den allerersten Layer druckt, kann das sich eben schon negativ aufs Druckbild auswirken. Das Einzige, was man machen kann und was dann für bessere Ergebnisse bei mir führt, ist natürlich unendlich lange im Slicer spielen und vor allem die Geschwindigkeit runterdrehen. Ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen Liebe reinstecken. Diese Laufbandlösung ist noch nicht hundertprozentig cool, muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen. Aber ich meine ansonsten Schulnote 3. Damit kann man arbeiten und dieses Ding ist ja nun nicht dafür da, um so kleine Benchys zu drucken, sondern wie gesagt, um so große Schwerter zu drucken, wo man vielleicht am Ende eh nochmal mit dem Schleifpapier rüber geht oder das anmalt. Benchy ist sowieso nicht das perfekte Benchmark-3D-Druckobjekt, weil wir ja nun mal im 45 Grad schräg drucken. Das heißt, an einigen Stellen drucken wir hier in der Luft oder wir müssen mit Supports arbeiten. Das hinkt so ein bisschen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich in Zukunft, ob es da eigene Testdateien eben für diesen 45 Grad Druck geben wird. Auch hier sieht man das. Das ist der G-Code, der dabei liegt. Es geht besser. Schulnote 3. Aber nochmal, es geht glaube ich bei diesem 3D-Drucker nicht um das perfekte Ergebnis, sondern dass wir drei Dinger hintereinander haben. Zehn Dinger, zwanzig Dinger. Zwanzig Dinger davon drucken, den Eimer nehmen mit zehn gefüllten Teilen davon und die bei Etsy reinstellen. Ihr merkt schon, mein kleiner Eindruck hier war ein bisschen durcheinander, denn man kann diesen komplett neuen Aufbau einfach nicht in 20 Minuten vernünftig unterbringen. Deswegen auch mein Anruf an dieser Stelle an euch. Was wollt ihr noch genauer wissen? Schaut auf jeden Fall in den Artikel rein. Da habe ich euch Bilder gemacht, Spezifikationen aufgelistet. Aber für das nächste Review, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr gedruckt sehen? Was für einen Belastungstest wollt ihr haben? Soll ich irgendwie irgendwo wie ein Äffchen dran rütteln? Schreibt mir das rein. Ansonsten bin ich auch gespannt, was euch vielleicht noch für Szenarien einfallen. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendjemanden da draußen, der jetzt gerade zuschaut und sagt, ey, das Ding ist perfekt für mich und ich habe euch gerade nicht aufgelistet? Lasst es mich einfach wissen, ballert es mir in die Kommentare und dann drückt ihr einfach noch die Glocke. Wenn ihr Bock habt auf weitere Reviews und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, euer Christian.